Tag 3 Let's go Einige Leute haben geschrieben Wo die Szene vorher abtrocknen Nochmal drüber wischen Und Ja, das geht auf jeden Fall viel besser Ne, warte, abtrocknen Eine halbe Stunde warm Alles gut Also im Moment Immer noch Geil So eine halbe Stunde rum Abmachen So, erst eben 10.5 Das ist geil Das nicht mehr so, oder?